Wer sonst würde es versäumen, Amerikas diskriminierten Schwarzen auch nur einen Funken Mitgefühl zu zeigen. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protestors. America needs creation, not destruction. Cooperation, not contempt. Security, not anarchy. Healing, not hatred. Justice, not chaos. This is our mission and we will succeed. 100% we will succeed. Our country always wins. Wer sonst würde es versäumen, Amerikas diskriminierten Schwarzen auch nur einen Funken Mitgefühl zu zeigen. Dieser Präsident leidet unter gefährlichstem Realitätsverlust. Für seine Wiederwahl erschüttert er rücksichtslos die Säulen der amerikanischen Demokratie. Wir versuchen es nochmal zu sehen. Wer sonst füllen wir keine Spezüchäle. Wer sonst wird das Gefühl, ich kann es мысли. Ich hoffe, es ist ein bisschen wie barberant. Ich hoffe, es wird schon immer wieder zu sehen.